Ja, liebe Leute, es ist soweit, das neue DLC, Schnee lande, der Krone ist draußen und wenn ihr euch wundert, was das für ein Charakter, was das für ein Account ist, das ist nicht mein Account, meine Spielstände sind irgendwie weg, ich weiß es nicht. Ich musste mir tatsächlich jetzt einen Spielstand rausnehmen, suchen, der schon durch ist, und zwar ist das der Account von meiner Freundin, die schon seit Ewigkeiten halt auch gespielt hat, aber mittlerweile bin ich jetzt drin. Ja, und dementsprechend sieht auch das Team auch mittlerweile aus, warte mal, jetzt muss ich mal, ich kann ein bisschen umsortieren, wie das Team aussieht von ihr. Was mich jetzt gerade ärgert, tatsächlich, dass ich den, du hast ja gar nichts gefangen, ey. Ah, so kurz. Okay, dann haben wir es was anders. Bewegen, ich nehme das mit rein, das Fleck mal mit rein, das ist, wenn man sich das entwickelt. Okay, gut, machen wir es so. Wir gehen rein ins Spiel, auf jeden Fall, wieder meine Account, meine Daten sind weg, ich weiß jetzt nicht, wo es hin ist, ich habe eigentlich seit dem letzten Mal das Spiel nicht mehr angefasst. Ja, und jetzt muss ich mir tatsächlich relativ schnell einen Account suchen, der, wo ich Pokémon ohne Probleme fangen kann. Ich habe jetzt offscreen einige super Hyperbälle gekauft, und zwar über 200 Stück, weil wir jetzt tatsächlich uns jetzt hier reingehen. Ich habe mir doch ganz kurz mal reingeguckt mit dem anderen Account und dachte mir, jo, mit dem gepimpten Account, der gerade einen Orden hat, und ja, ich kann damit dementsprechend auch keine Pokémon fangen. Und deswegen muss ich jetzt mit diesem Account machen. Und der Account, mit dem ich jetzt eigentlich gestern oder heute Nacht angefangen habe, der ist jetzt momentan auf Route 5. Dementsprechend lohnt sich das einfach noch nicht, irgendwie was zu machen. Also das ist tatsächlich der gepimpte Account, der hat wie sein Orden gerade mal, ja, und jetzt mal kurz in der Nacht, während alle schläft, dass ich habwegs fit bin, den Account hoch zu pushen. Und das dauert halt alles. Gut, wie gesagt, deswegen bin ich jetzt mit dem Bekauf von meiner Freundin, und ja, wir gehen mal rein in Schillade der Krone. Ich freue mich auf seine DC, ich bin mega gehypt drauf, ich weiß nicht viel, was mich erwartet. Ihr wahrscheinlich auch nicht, ich weiß es nicht. Schau mal einfach mal, freue ich mich, wenn die Reise mit mir gemeinsam angeht. Na du, das ist doch dein Rüstungspass. Bitte, Rüstungspass, kurz zurück zu Inselreiheessen. Achso, ja, du hast ja auch eine Kronenpass noch, ja, cool. Dementsprechend auch zu den Kronen Schilladen reisen. Wo soll es hingehen? Natürlich zum Kronenbahnhof. So, da geht unsere Reise mit dem Zug von Brassberry aus. Ihr müsst das Spiel uns komplett auf ein neues Update bringen, geht quasi auf das Spiel, dann Minus, und dann geht ihr mal auf ein Software-Update, und dann habt ihr eigentlich auch das DLC zur Verfügung. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen in Kronen Schillade. Da spielt es, endlich ist das DLC draußen. Habe ich erinnert, dass ich nicht mein eigenes Team habe. Aber okay, dann muss ich mich irgendwie jetzt durchbeißen. Hallo, dich hattest du zum ersten Mal in die Kronen Schillade verschlagen, oder? Ich erforschte Lebensweise der Pokémon hier in der Gegend. In letzter Zeit wurden einige uralte und seltene Pokémon in Kronen Schilladen gerichtet. Ist du mir dabei, mehr über sie zu erfahren? Dafür aktualise ich auch deinen Pokédex. Und viel an Erfolg bei der Verfallstellung deines neuen Kronen Pokédex. Ja, leider, wie gesagt, kann ich nicht mit meinem Account spielen. Ich hatte ein super tolles Team drauf. Ja, aber müssen wir schon irgendwie, kriegen wir schon irgendwie hin. Wie gesagt, das ist der Koffer meiner Freundin, nur so nebenbei. Also ich kann für dämliche Charaktere nichts. Aber wir werden heute hier im Winterlichten ein bisschen was tun. Ach man, du bist ja wie eine Klette. Hör nicht auf, mit Dauer nachzurennen, Dad. Der Typ kommt mir irgendwie dezent bekannt vor. Mann, ich will einfach nur in Ruhe im Dynadriesen auf ein Dynamax-Abenteuer gehen. Und zwar alleine. Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltene Dynamax-Trip-Pokémon zu kämpfen. Haha, keine Sorge. Der cooler Papa hat sich hier noch ein viel spannenderes Abenteuer in petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich am liebsten Dynamaxen würdest. Nein, nein, danke. Geh bitte nicht auf die Zeiger, Mann. Was? Ich? Ich will jetzt mal was tun für dich, oder? Na gut, wenn du zur Vernunft kommst, schaue ich ihm so lange rum, bis du nachgibst. Hast du Hirnfrust? Das war ja oberpeinlich. Hey, hallo da drüben. Diese alte Stuckkopf will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir mal helfen, bitte? Klar. Klasse, könntest du ihm da für mich eine gehörige Abfuhr erteilen? Na, hör mal, Freundchen. Mir gehört zwar nicht, dass du der Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen. Aber vielleicht bringe ich die junge Dame hier zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin Peony. Und du bist naiv, wenn du denkst, auch in einem Hauch einer Chance gegen meine Stallarten Attacken zu haben. Okay, er setzt wohl Start-Pokémon ein. Und sein erstes Pokémon ist Patinaraya. Und jetzt bin ich davon überzeugt, dass das Typ, der Typ Rose ist, dass der quasi hier auf ein neues Abenteuer geht. Mit dem Ende der seiner Gala-Mission. Ja, das ist definitiv, Rose. Oh, der hat den Patinaraya. Das weiß ich. Herr Bettis hat ja damals geschulen. Okay, ich werde nicht viel an den Attacken tun. Ich werde nur versuchen, halt, wie gesagt, das DLC zu spielen mit diesem Account hier. Und jetzt jagen wir jetzt mal dieses Patinaraya aus dem Rennen. Hut ab, das hat gesessen. Aber jetzt sind wir an der Reihe. Pass auf. So, erstmal sind wir jetzt der Patinaraya weg. Jetzt kann ich nämlich auch mit allem Orden, kann ich nämlich Pokémon auch sammeln. So, Fleckmann rechnen wir 44. Und Schallobor 57. So, der nächste Pokémon ist ein Stolos. Anstatt Pokémon weißer die Zähne aussehen, weil sie anstecken, dass sie härter werden sie. Lieber, du denkst an deinem Pokémon Camping. Okay. So, gucken wir es nochmal mit dem Feuerball. So, ein Feuerball-Junge. Okay, das Pokémon. Ja, gut, das ist vom Typ Gestein, ne? Aber, ja, 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 ist auch mir fast klar, dass du sowas ausprobierst. So, Schatz, jetzt hast du irgendwie noch ein Wasser-Pokémon, was ich jetzt nutzen kann, oder was? Ah, nee, du hast ein Stahlbohr. Okay. Gut. Warte, wir sind 57 Grad mal. Das ist das Problem in der Sache. Ich hoffe, dass ich durchkomme trotzdem. Ja, ist es schneller als der Stolos. Jetzt reicht auch. Ja, aber, Gott. So, Pescar God Level 50. Ich habe mir die Pokémon von dir auch nicht wirklich angeguckt. Also, ich werde auch nicht wieder an ein Team ändern. Ich werde wirklich nur dieses D-Ziel ziehen. Dass ich mal wieder derart von einem jungen Burschen Platz gemacht werden würde. Hä? Was? Äh? Äh? Mila ist weg. Wo ist meine Tochter? Äh, was? Bisschen weiter? Aber klar doch. Was ist das für eine Frage? Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unseren längst überverlegen Vater-Tochter-Ausflug in Anruf zu nehmen. Aber sie hat offenbar so wenig Bock drauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt, nur um die Kurve kratzen zu können. Ja, so kenne ich meine Mila. Dass sie ihre ganz persönliche Art und Weise ihrem Vater zeigen, wie lieb sie ihn hat. Äh, ja, klar. So ist sie eben, meine liebe Tochter. Ein echtes Goldstück, was? Aber wenn sie nicht da ist, kann ich euch meine mit Herzblut geplante Leger in deren Expeditionsschatten? Moment, hat sie nicht gesagt, sie wolle zu einem, äh, deiner Riesennest gehen oder so? Ha, sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Aber wenn du sie das sonst verraten, sie wolle sich bestimmt führen, wo ich bleibe. Im Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, okay, und das hast du jetzt auch. Man sieht's nicht, Trainer. Kann mir keiner erzählen, dass der Typ kein... Dass der Typ kein Dings ist. Dass das nicht Rose ist. Du hast gar keine Tränke, Schatzi. Du hast gar keine Tränke. Oder auch Supertränke irgendwo noch im Bad. War nicht viel. Können Sie noch Verhaltens haben. Okay, was soll ich jetzt weitergehen? Muss ich mal kurz hier noch schnell ein Pokémon. Pokémon Supermarken, weil Hypertrenke kaufen. So was, was ich verkaufen kann. Irgendwas vor allen Dingen wichtiges. Du hast noch Sommerwohnung am Ende, okay. Dann war ich noch irgendwas, was ich dir verkicken kann. Okay. Doch, na, jetzt hast du noch unendet. Ah, hier sind die ganzen teuren Items. So, weil ich muss hier ein paar Dings mit dem Hypertrenke noch kaufen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall im Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wollt ich eine top Genesung mit. Dann haben wir auch da ein bisschen. So, okay, gut. Dann haben wir das auch soweit. Und gehen jetzt in die, oder auf die Reise hier in Schlitterfeld. Oh, wir haben neue Pokémon. Jetzt kann ich sie nämlich auch fangen. Und das machen wir auch. Wir gehen mal auf die Reise und fangen uns neue Pokémon. Das erste, was für uns auftaucht, ist ein Frigometri. Das wir aus Pokémon schwarz und weiß kennen. Level 60, bist du? Ja, mit dem anderen Account war das das Problem. Ich konnte sie nicht fangen. Ich habe sie sehen können, aber ich habe sie nicht fangen können. Und das ist das Problem für mich. Wenn ich Pokémon nicht fangen kann, nervt mich das. So, wir fangen mal an mit dem Hyperball. Ich fange jetzt an, die ganzen DLC-Pokémon noch zu fangen. Das erste ist schon im Sack. Und zwar Frigometri. Ist, glaube ich, vom Typ Eis. Unlicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder es kann auch nur Eis sein. Die werden es auch nicht ins Team nehmen. Wir werden auch nichts weiter machen. Wir werden wirklich nur die Pokémon fangen. Es ist nur vom Typ Eis, okay? Und eine PC-Box. So, da hinten ist ein weiteres neues Pokémon. Und zwar ein Keifel. Ah, noch eine Top-Genesung. Sehr gut. Neu-Valor. Ich glaube, 65, okay. Party-Check. So, dann würde ich dieses Keifel auch noch schnell versuchen, einzusacken. Klar. Oh, nein, 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 nein. Nun tue es mir gar nicht. Nächstes Pokémon rufen, bitte. Ähm. Ach, du hast ja mal geholfen. Also Pokémon. Okay. Soll ich nicht so... Ja, Pescargold. Mache, sieht was hässlich aus, das Vieh. Okay. Aber egal. Ich möchte es gerne fangen. Dieses Keifel. Weil Pescargold-Level 50 gerade mal ist, nur... Habe ich mal eine Schwierigkeit haben, das Vieh zu fangen. Ich werde es auch nicht an diesem Keifel jetzt die ganze Zeit aufhalten. Jawohl. Man muss nur mal ab und an was sagen. Teilbogen, okay? Die Frage ist, wie entwickelt sich Flecken und weiter, ne? So, nein. Möchte ich nicht. Äh, nein, 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 nein. Möchte ich nicht. Ich war ein Team, so wie es ist. Gut, dann gehen wir mal... Eieieiei. Okay. Viel weiter bin ich eben auch nicht gekommen, weil ich das ein bisschen eingespielt habe. Warte mal. Ich habe schon mal ein paar Tipps gelegt. Ich habe Genesung, ja. Ich werde eigentlich ein bisschen... Der ist von einem Pavillis, das ist gut noch. Okay. Na, du hast Level... Äh, trotzdem haben wir noch Level... Äh, ein paar Level drunter, ja. Nehmen wir 50 Watt mit. Dann nehmen wir mal das Alte mit. Oh, das ist noch ein neues Pokémon. Ein weiteres neues Pokémon. Einmal ein Hyperball. Okay, dann nehmen wir die... Oh, da ist noch was gewesen. Ein Rasana. Gut, dann kriegst du noch eine Koppenus drauf, mein Freund. Gutes Rasana. Ja, das ist sehr gut. Oh, Blick, ich kann nicht fliehen. Das heißt, wenn wir da fangen oder gehen. Ich glaube, mit dem Hage müssen wir klarkommen. So, jetzt mal nehme ich diese Rasana mit rein. So, dann haben wir das auch gefangen. Und dann nehmen wir erstmal dieses... Swablu noch mit. Das möchte ich nämlich auch noch gerne mitfangen. Und dann können wir nämlich weitermachen. So, da kriegst du eine Kopflos, mein Freund. Oh, ist er da zurückgeschreckt. Sehr gut. Eines der wenigen Nicht-Eis-Pokémon. Nämlich das Pokémon ist vom Typ Normal-Pflug. Wird später aber zu einem Drachen-Pokémon. So, damit haben wir auch Wablu drin. 48 Stahle-Wolle mit 53 Sibuna. Sibuna ist das Lieblings-Pokémon von meiner Freundin. Ich tue auch nichts. Unüberlegtes. Deswegen hat er das regelmäßig im Team. Ich hab's ja auch im Team. Tatsächlich. Ich hab ja... Ich hab mir das auch gefangen. Ihr zuliebe. So, Frigometri haben wir. Gut, dann... Gucken wir uns nochmal hier um. Wablu haben wir auch. Ich nehm mal kurz... Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Amarino. Ein Eis-Pokémon. Ein Drachen-Eis-Pokémon. Auch das Pokémon möchte ich gerne mitnehmen. Ich glaub, das ist vom Typ Eisgestein oder so. Deswegen hab ich auch 200 Hyper-Bälle, weil ich dann einfach fangen kann ohne Ende. Ajojoj. Okay. Das war noch ein bisschen stark. Ich wollte mit Hyper-Strahlen greifen. Gott sei Dank trifft die Appetit. Ich geh mal auf Doppel-Kick. Ich hoffe, dass du das ein bisschen wegsteckst. Da lief noch eins rum, das weiß ich. Aber so kann man ein bisschen leveln noch nebenbei, ne? Oh mein Freund, jetzt komm mal her. So, Feuerball ist übrigens normal effektiv. Ich hoffe, dass ich das nicht jetzt zurück weggrille. Eisgesteine sind die gewinnt. Ah, das ist doch ziemlich kurz. Warum machst du Sterbi? Vergiss es. Gefäß schräg rauch. Sollen wir hier? Ja, ein Stück, okay. Also, dass wir hier das, wie das aus Pokémon habe ich so häufiger auftaucht. Ich würde mich, ich würde es ja gerne fangen. Ich will ja gerne so weit wie möglich und alle Pokémon hier auf diesem, auf dieser Insel oder auf diesem Gebiet fangen. Das ist ja keine Insel eigentlich. Ich würde mich so eine zweite Feuerattacke mit reinhauen können. Oh nein. Tschüss, Lieberlo. Ja, gut, dass es das nicht hat. Aber wohl doch. Oha. So, versuchen wir es mal einzufangen. Das war es uns irgendwie noch weiter ärgert. 1, 2, 3, Habs. Nächster Pokémon, was auf der Liste abgearbeitet werden kann, ist Amarino. Nein, ich möchte Amarino kein Spitzhorn geben. In eine PC-Box, gib ihm. So. Äh, wir brauchen ein neues... Nein, lieber dran. So, dann haben wir hier eigentlich alles an Pokémon, was, glaube ich, aufgetaucht werden... ...aufgetaucht ist, oder? Okay. Weil das Keifel, das haben wir ja schon immer gefangen. Ich hoffe mal, was hier noch so rumläuft. Vielleicht läuft das was Neues rum. Eines Numnums. Numnum habe ich, glaube ich, privat gespielt im Schwert, wer euch erinnert. Aber ich glaube, wir haben noch keins. Wir haben noch keins tatsächlich. Ich probiere es noch mal so gefangen bekommen. Es ist nur noch, um es eigentlich relativ simpel zu fangen. Eins. Okay, das bleibt mir klar. Das, was nicht geht. So, zum Käfer-Eis. Das hat sich durch... ...einfach sehr spät entwickelt bei mir. So, nach weitem Level... Level 63 oder sowas. Und das Ärgern, das hat mich damals ein bisschen geärgert. Aber gut, okay. Käfer-Trutt. Ja gut, das war so, bis wir uns anzufangen, weil ich will es mir noch mit dabei haben. Ich weiß auch nicht, ob das eh nicht den Challenge erwartet, wie Pokémon beim anderen DLC. Wie denn liegt das? Mal gucken, wie es denn weiter geht hier. Jetzt haben wir noch so 10 Folgen gemacht. Ich weiß nicht, wie viel wir hinkriegen. Gut, okay. So, wir haben uns gefangen. Den Fazit. Und die Valor-Rechter wird 4... Äh, 67. Entschuldigung. Und dann kriegen wir den nächsten Eintrag. So. Okay. Ich nehme eine Pizepox. Ich tue nichts. Gut. Einmal ein Stück ewiges Eis für uns. Bis jetzt haben wir auch noch nicht irgendwie, dass wir weiterkommen können. Also bis jetzt haben wir noch nicht irgendwie ein neues Pokémon oder so. Warte mal. Wo müssen wir hier denn? Hier lang? Komm ich runter? Oder bis das hier gerade Ende der Fahrt, hier unten, wie zu weiter, ne? Scheinbar. Ja, doch. Hier geht es weiter. Scheinbar, bis wir da oben liegen. Da links hin. Okay. Das ist doch los. Das ist also dieses Deiner-Riesennetz, oder? Da drin kämpfen, Töchterlein. Ich habe sie gerade gegen Welt- und Deiner-Rechts-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Du bist doch der von vorhin. Du kannst doch mitkommen, wenn du willst. Also dann, volle Kraft von voraus. Äh, voraus. Keine Sorge, Mila. Papa ist direkt hinter dir. Habt nicht zu viel Spaß von mir. Ich bin trotzdem überzeugt, dass das definitiv Rose ist. Oh, ein Mammut-Hell. Mammut-Hell haben wir auch noch nicht auf der Liste. Okay, 65 bist du? So, das habe ich nur vom Typ Eis. Ja, natürlich verfehlt mein Kopf aus dem S-Pokémon. So, wir gucken uns hier noch rum und dann machen wir Feierabend für heute. Warum kriege ich die zweite Attacke nicht durch? Ich weiß, das zweite Mal ist die Kopfnuss. Ja, natürlich. Lass dich wohl sterben. Das Problem. Zwei Mal nicht getroffen. Ich hätte es mittlerweile schon wahrscheinlich fangen können. Mega-Kick gefehlt. Wo wollen wir das? Ich finde, das ist schwierig, das hier zu fangen. Weil das Spiel sagt, nö, du nicht. Hey, hallo, das ist schon das zweite Mal. Dritte Mal hintereinander, dass ich nicht mit der Attacke durchkomme. Ja, und weiter geht die Reise. Also vier Mal hintereinander. Vier hintereinander, wo das Spiel sagt, nö, nö, du triffst nicht. Jetzt mit der Kopfnuss habe ich nicht getroffen. Was ist das denn zum Kotzen? Was ist das denn? Du hast mir jetzt zwei Pokémon weggehauen damit. Mit so einem Scheiß. Ich versuche, das einzufangen. Ich will mir das haben. Kann auch nicht sein, dass wir das jetzt Pokémon nicht kriegen. Eins. Zwei. Drei. Wir haben es. Sehr schön. Aber vier Runden hintereinander, wo ich es nicht getroffen habe. So, Flagman Level 46. Moment, möchte ich nicht. PC-Box. So, dann müssen wir halt wieder eine neue Links einsetzen. Ich bin lieber einsetzen. Ich hoffe, dass wir zumindest irgendwie mal ein paar Alters bekommen, noch zusätzlich. Na schön, zumindest. So. So. Pokémon sind wir hier relativ gut aufgestellt. Ich gucke mal gar nicht noch hier, aber noch irgendwie was finden. Rex-Blissar dürfte sie nicht haben. Dürften wie auch nicht im Team nicht haben. Was bist du vom Typ? Oh, doch. Mach mal spät. Ich glaube, das war ein Ohr doch. Und hier nehmen wir noch das Item mit. Ich weiß, was Frigometri. Gut, das ist ein Ding. Das ist eine TM. Ne, das ist eine TP. Und zwar die TP. 44 Cosmic Craft. Verteidigung, Spezialverteidigung mit erhöht. Ja, ich hoffe nicht, dass wir hier nochmal das gleiche wie ja mit den Diktats haben. Weil wenn ich ehrlich bin. Komm, das versuchen wir noch zu fangen hier. Das Rex-Blissar. Dann haben wir das auch durch. Dann haben wir wirklich alle. Müssten wir wirklich alle Pokémon auf dem ersten Teil haben. Danach machen wir wirklich frei. Immer mal einen Break. Du gehst mal auf den Doppelkick, bitte. Das sollte nur ein Loppelkick effektiv sein. Ich möchte das gerne mitnehmen. Was wüsstest du einsetzen? Verwurzler. Du holst dir also wieder Lebens-Emerkid zurück. Ich grüße aber noch den paar. So, versuchen wir es zu fangen. Jetzt habe ich immer Glück gehabt, dass kaum Pokémon ausgebrochen sind. Eins. Zwei. Ich kann kaum sagen, es passiert. Ich glaube, das war, weil wir nachher in der Höhle sind. Jetzt nicht irgendwie nochmal. So, du kannst nicht angreifen. Das ist sehr gut. Bis wir das Hagel-Ding durch sind. So, jetzt kommen wir her. Ich möchte dich gerne mit in mein Aufgebot aufnehmen. Eins, zwei, drei. Jawohl. Auch Rex-Blissar. Wer hat sich nur beim ersten Mal. Jetzt das zweite Mal. Passt es dann mit dem Zwillings auf? Nein. So, mein Team. Ich gucke mal, ob ich das so ausnehmen kann. Ich weiß, dass wir jetzt tatsächlich noch ein weiteres Eis-Pokémon jetzt nicht haben, aber ich brauche ein Pflanz-Pokémon auch. Ich dachte, was mich hier so noch erwartet. So, das nehmen wir noch mit hier, das Item. Und dann nochmal Feierabend. Das ist ein Brock in deiner Erz. Gut. Okay. Ah, Amarino, das haben wir ja schon. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Dann herzlich und dann, ja, gucken wir mal, was sich da in diesem Riesennest erwartet. Oder uns in diesem Riesennest erwartet. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert. Schneelade der Krone.